Aaaaaaaaaaaaaaah So gone! Freshes Night war ziemlich geil 22. August Ich hab lange keinen Vlog mehr gemacht Ist nicht viel passiert Relativ langweilig Aber sind jetzt momentan am Strand Hallo! Hallo! Wir wollten um 11 Uhr los Sind dann erst um halb eins los gefahren Weil wir kein Taxi organisiert bekommen haben Dann hatten wir einmal ein Auto Dann hatten wir drei Autos Und dann haben wir den Beach nicht gefunden Der eine Stunde weit weg ist Und tralalala Ende vom Lied Wir haben jetzt gleich fünf Und Und Sind am Strand Macht sehr viel Spaß Und dann haben wir den Beach YPYD Hier Das war's für heute.